Das Ende künstlicher Grenzen Damaskus, Ankara, Berlin Debatten in Berlin und weiteren westlichen Hauptstädten über die mögliche Zerschlagung des syrischen Hoheitsgebiets begleiten die jüngsten militärischen Erfolge der Regierung in Damaskus. Syrien sei faktisch längst in drei Teile zerfallen, urteilen Außenpolitik-Spezialisten in Washington. Während die Assad-Regierung zur Zeit ihre Kontrolle über das Zentrum des Landes und den Küstenstreifen zu konsolidieren suche, herrschten sunnitische, oft islamistisch orientierte Aufständische über weite Teile Ost- und Nordsyriens. Hinzu kämen als dritte Region die kurdisch dominierten Regionen im Nordosten des Landes. In Hinblick auf diese schlägt nun die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, vor, einer Aufspaltung Syriens zuzustimmen. Langfristig könnten die kurdischsprachigen Gebiete Syriens und des Iraks in eine föderalisierte Türkei eingegliedert werden, heißt es unter Bezug auf Kenner der türkischen Außenpolitik. Damit stehe die staatliche Ordnung des Nahen Ostens, die auf dem Süd-Pikot-Abkommen von 1916 basiere, vor der Auflösung. Eine staatliche Neugliederung erlaube es, im Nahen Osten ein sunnitisch-säkulares Gegengewicht gegen einen schiitischen Bogen, Iran sowie seine Verbündete zu etablieren. Die SWP rät dazu, entsprechende Verhandlungen zwischen der Türkei und kurdischen Organisationen nach Kräften zu unterstützen. 3. Überlegungen über eine territoriale Aufspaltung Syriens, wie sie zur Zeit auch in Berlin angestellt werden, werden in diesen Tagen vielleicht am offensten von Außenpolitik-Spezialisten in den USA thematisiert. Syrien sei nicht im Verfall begriffen. Es sei bereits zerfallen, äußerte Andrew Tabler, ein Mitarbeiter des Washington Institute für Near East Policy. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das alles wieder zu einem Stück zusammensetzen lässt. Joseph Holliday, Experte des Washington Institute für Study of War und einstiger Intelligence Officer der US-Armee im Irak und in Afghanistan, will eine militärische Verfestigung erkennen. Demnach seien die Regierungstruppen zwar durch frühere Desertionen geschwächt, bestünden heute aber weitgehend aus loyalen Assad-Anhängern. Sie seien vor allem darauf konzentriert, die Kerngebiete Syriens um Damaskus und Homs und die alawitisch dominierten Küstengebiete unter ihre Kontrolle zu bekommen, hätten jedoch die abgelegenen Teile des Landes insbesondere im Osten und im Norden faktisch aufgegeben. Alles in allem seien schon heute in groben Umrissen drei Territorien erkennbar. Eine von Assad kontrollierte mit Iran und der libanesischen Hisbollah kooperierenden Region Schiitisch, ein von meist islamistischen Milizen beherrschtes Gebiet Sunnitisch und zudem im Nordosten ein kurdischer Landesteil. Das geringere Übel? Auch in Berlin werden Spekulationen über eine Zerschlagung des jürischen Territoriums ventiliert. Der deutsche Außenminister fürchte, die möglichen Folgen eines Zerfalls des Landes, lässt das Auswärtige Amt verlauten. Ein übergreifendes Syrien-Kriegs auf Jordanien sei bei einer solchen Entwicklung nicht auszuschließen. Auf die Frage, ob angesichts der eskalierenden Brutalität der Kämpfe ein Zerfall Syriens nicht das geringere Übel sei, warnte jetzt eine der einflussreichsten Tageszeitungen, dann drohe allerdings, dass radikale Islamisten einen eigenen Kalifatskanton im Norden des Landes errichten. Mit Blick auf die jüngsten militärischen Erfolge der Damascener Regierung, zuletzt im südwestsyrischen Keseer, werden jedoch weiterhin Mutmaßungen über den Zerfall Syriens in ethnische Enklaven angestellt. Unlängst hat mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP, erstmals ein deutscher Think Tank, öffentlich in Betracht gezogen, einer Teilung Syriens zuzustimmen. Ausgangspunkt der Überlegungen ist eine Untersuchung der Entwicklung in den kurdischen Landesteilen im Nordosten des Landes und eine Analyse der türkischen Reaktionen darauf. Gespräch mit Öcalan In ihrer Analyse schildert die SWP zunächst den Kurswechsel der türkischen Regierung gegenüber der kurdischsprachigen Sezessionsbewegung und vor allem der PKK. In der Tat hat Ankara bereits Ende 2012 Gespräche mit der PKK und ihrem inhaftierten Anführer Abdullah Öcalan gestartet. Inzwischen ist ein Waffenstillstand in Kraft. Wie die SWP berichtet, sollen die kurdischsprachigen Bevölkerungsteile umfassende Autonomie-Rechte erhalten, während Öcalan und die PKK dafür auf die Gründung eines eigenen Staates Kurdistan verzichten und ihren Verbleib in einer föderalen Türkei garantieren. Die SWP weist darauf hin, dass für den beschriebenen Kurswechsel gegenüber der PKK außenpolitische Bedrohungen und Chancen eine entscheidende Rolle spielen. Dabei gehe es um die kurdischsprachigen Minderheiten in Syrien und im Iran. Wirtschaftliche Integration Wie die SWP-Analyse feststellt, stehen große Teile der kurdischsprachigen Bevölkerung Syriens der PKK sehr nahe. Nachdem Ankara mit seinem Bemühen gescheitert sei, PKK-kritische Kräfte in Nordsyrien zu stärken, gerate die Türkei von dort aus unter Druck. PKK-nahe kurdische Rebellen hätten weite Teile des Gebiets unter ihre Kontrolle gebracht. Dieser Bedrohung stünden gewaltige Chancen in den kurdischsprachigen Gebieten des Nordirak gegenüber. Der Nordirak besitze nicht nur formal, sondern auch tatsächlich weitreichende Autonomie und beanspruche die umfangreichen Erdöl- und Erdgasreserven dort, auch im umstrittenen Kirkuk für sich. Ankara habe nach dem Irakkrieg des Jahres 2003 begonnen, eng mit dem autonomen Nordirak zu kooperieren. Heute profitiere es wirtschaftlich davon. 60% aller im Nordirak registrierten ausländischen Firmen kommen aus der Türkei, bilanziert die SWP. Als Exportdestination für die Türkei liege der Irak heute nach Deutschland bereits auf dem zweiten Platz. Vor allem aber verfüge der kurdischsprachige Nordirak über die Energiequellen, die der Türkei fehlen. Nicht ohne Grund ziele Ankara daher auf eine wirtschaftliche Integration. Syq-Pikot überdenken Unter Bezug auf türkische Quellen spricht die SWP in Blick auf die kurdischsprachigen Gebiete der Türkei, Syriens und des Irak von einer Dysfunktionalität bestehender Nationalstaaten und ihrer aktuellen Grenzziehung. So habe der türkische Außenminister Davatoglu vor kurzem erklärt, es sei heute an der Zeit, die 1960 im Nahen Osten geschaffenen künstlichen Grenzen zu überdenken. Gemeint ist das Syq-Pikot-Abkommen, auf dem auch der territoriale Bestand des heutigen Syrien basiert. Ankara wolle diese fremdbestimmte Periode in ihrer Geschichte und der des Nahen Ostens beenden, wird der türkische Außenminister von der SWP zitiert. Der Außenminister behauptet zwar, er stelle die bestehenden Grenzen nicht in Frage, ihm nahestehende Kenner seiner Politik sprechen allerdings ausdrücklich von der Möglichkeit, dass in fünf bis zehn Jahren die kurdischen Gebiete des Irak und Syriens Teil einer politisch vollkommen neu strukturierten föderalen Türkei sein könnten. Die SWP verweist auf die Äußerungen des PKK-Anführers Öcalan, die offensichtlich damit konform gehen. Ihm zufolge seien Türken und Kurden die zentralen strategischen Kräfte im Nahen Osten. Sie müssten bei der Demokratisierung der Region eine Vorreiterrolle spielen. Und die autoritären Nationalstaaten, die die Imperialisten im Nahen Osten errichtet hätten, jetzt überwinden. Gegengewicht gegen Iran Die SWP benennt schließlich die geostrategischen Ziele der in Betracht gezogenen Operation. Eine Zerschlagung Syriens und des Irak mit anschließender Einverleibung der kurdischen Gebiete in die Türkei, schüfe demnach ein sunnitisch-säkulares Gegengewicht gegen einen schiitischen Bogen, der von Iran, Syrien und der libanesischen Hisbollah gebildet wird. Damit wäre es möglich, den Aufstrebenden, sich anders als Saudi-Arabien, dem Westen nicht unterordnenden Iran samt seiner regionalen Verbündeten niederzuhalten. Auf Kosten einer Zerschlagung Syriens und des Irak. Entsprechend dreht die SWP mit Blick auf die Gespräche, die Ankara gegenwärtig mit verschiedenen kurdischen Verbänden führt, Zitat Europäische Politik sollte den Verhandlungsprozess nach Kräften unterstützen. Zitat Ende Das Konzept ist keineswegs neu. Militärkreise in Washington zeichneten schon 2006 entsprechende Landkarten. Zogen damals allerdings noch keine föderale Türkei, sondern vielmehr einen eigenen Staat Kurdistan in Betracht. Das Konzept ist kein Verhandlungsprozess. Untertitelung des ZDF, 2020